Willkommen zurück auf meinem Kanal. Kubica zur Force India? Angeblich hat der Pole keinen Bock mehr bei Williams zu bleiben, denn was das Cockpit für 2019 angeht, steht er wohl nicht mehr ganz oben auf der Liste. Das vor kurzem erst gerettete Team um Lawrence Stroll habe wohl Interesse an dem 33-Jährigen. Sowohl der Vater als auch der Sohn sind von seinem Know-how und seiner Erfahrung überzeugt und würden ihn gern als dritten Fahrer bei Force India einstellen. Ob Kubica das mitmachen würde? Naja, die Chancen sind eher unwahrscheinlich, denn er möchte Rennen fahren und keine Testfahrten absolvieren. Sollte es nächste Saison nicht zu einem Cockpit reichen, scheint seine Karriere wohl am Ende zu sein. Grosjean in Japan ohne Telemetrie Beim Start gab es beim Boliden des Franzosen ein paar Probleme. Ein kleines Feuer schmorte die Kabel zur Telemetrie durch. Aber nicht nur das, sondern auch ein Aufhängungsschaden machten dem US-Team Sorgen. Anhand der verlorengegangenen Telemetrie konnten sie die Reifendrücke, Reifentemperaturen und viele weitere Daten nicht erkennen. Grosjean beschwerte sich während des Rennens über das Handling des Vf18. Auf der Geraden würde der Bolide zur Seite ziehen. Teamchef Güntersteiner erklärte, dass sich das rechte Hinterrad aufgrund einem Hinterradachsenproblem bewegte. Immerhin ist er noch als Achter ins Ziel gekommen und konnte 4 Punkte für das Team einfahren, welches den Vorsprung auf Renault um weitere 3 Punkte verkürzte. Und jetzt hätte ich gerne eure Meinung zu den einzelnen Themen in den Kommentaren. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! 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 !